Was machst du da? Ich versuche etwas zu erkennen. Ja, hast du deine Mütze schon wieder so ein bisschen tief hängen? Nee, das soll so leiden. Wie soll ich sie denn nicht ein bisschen zurückziehen? Nein, lass die Finger weg davon. Okay, aber guck mal, wenn ich sie ein bisschen höher ziehe, dann... Nee, lass das! Warum denn? Das sieht cool aus. Nee, das sieht cool aus. Ja, ich will das so lassen. Na gut. Okay, aber dann siehst du nicht viel. Doch, das reicht mir. Weißt du was? Das passt voll zur Geschichte, die wir heute erzählen. Hier, wieso hast du das mit der Mütze? Solche Geschichte? Ja, und zwar die Geschichte davon, wie Isaac, seine Frau bekommt. Wie? Hat der auch so eine komische Mütze gehabt? So eine coole Mütze? Ich glaube, komische passt besser, ne? Nee, ich meine, die Mütze ist voll cool. Und so ich sie trage, ist es auch voll cool. Jack, du siehst ja kaum was. Ja, nee, du hast es schon. Lass das so. Gut, wenn du sagst. Und jetzt, was hat das mit der Geschichte von Isaac zu tun? Und wer ist Isaac überhaupt? Wie? Wie ist Isaac? Das weißt du doch. Nee, wer ist das? Das ist der Sohn von Abraham und Sarah. Ach, der kleine Junge. Nee, der ist schon nicht mehr klein. Wie nicht mehr klein? Naja, als Sarah gestorben war, war sie 127 Jahre alt. Das heißt, der Isaac war schon über 30 Jahre alt. Oh, so alt? Mhm, so alt. Über 30 Jahre war Isaac schon. Und da war er noch nicht verheiratet? Nee, war noch nicht verheiratet. Wie kommt denn das? Hat er keine Frau gefunden? Ja, nicht. Und der Abraham, der wollte auch, dass er eine Frau aus einem ganz bestimmten Volk heiratet und nicht da, wo er rumzieht und auch nicht da, von wo er herkommt. Oh, okay. Und das war jetzt so schwierig. Mhm, das war so schwierig. Und dann hat der Abraham gesagt, Dina? Wie, Dina? Naja, der hat den Dina gehört. Okay. Und der hat den gerufen, Dina, komm mal her. Aha. Und dann? Dann hat er gesagt, Dina, ich möchte, dass du für meinen Sohn eine Frau findest. Wie eine Frau finden? So suchen und finden? Wie ein Versteckspiel? Nein, nein, nicht wie ein Versteckspiel. Wie denn dann? Na, er sollte in eine ganz bestimmte Stadt gehen und dann sollte er da gucken, ob er da eine Frau für Isaac findet. Ach, okay. So einfach. So einfach. Und was hat den Dina gesagt? Der ist ja losgezogen. Na, der ist losgezogen. Und er fragte aber auch vorher noch, na, aber, wieso ziehst du nicht zurück nach Ur in Chaldea? Na, da, wo du herkommst, da wirst du bestimmt eine Frau finden. Da kennen die Leute deinen Vater, da kennen die Leute dich. Und da wirst du bestimmt jemanden finden, der sagt, oh, ja, den Sohn von Abraham, den möchte ich heiraten. Ja, wieso denn denn nicht? Weißt du, was Abraham gesagt hat? Nee. Was denn? Er hat gesagt, oh nein, bloß nicht, auf keinen Fall, nicht dahin, wo ich herkomme. Von da soll mein Sohn Isaac keine Frau bekommen. Wieso denn das nicht? Weißt du das nicht mehr? Wir hatten ja gesagt über Ur. Was hatte ich mal erzählt über Ur? Äh, die Ur zeigt die Zeit an. Nein, nicht Uhren, sondern die Stadt Ur. U-R. Äh, nee, schon vergessen. Äh, die Stadt Ur, da hatten die Leute viele Götzen verehrt. Ach so. Und Abraham wollte nicht, dass der Isaac eine Frau bekommt, die auch Götzen verehrt. Hieß er denn das nicht? Naja, weißt du das nicht? Nee. Der Abraham, der ist ja schon lange mit Gott unterwegs. Schon viele Jahrzehnte. Okay. Und, äh, der sagte sich, ich möchte, dass mein Sohn Isaac eine Frau bekommt, die auch an diesen Gott glauben wird und die mein Sohn Isaac nicht von diesem Gott wegziehen wird. Aha. Okay. Und deswegen hat er den Knecht losgezogen. Hm. Er hat den Knecht losgezogen. Der Knecht geht und wandert und läuft mit vielen Kamelen und ganz viel Gold. Oh. Ganz viel Gold? Mhm. Wieso denn das? Naja, er will ja nicht einfach nur eine Frau mitnehmen, sondern die soll ja auch was dafür bekommen. Wie, die Frau soll das dafür bekommen? Hm. Und die Eltern auch. Wieso denn die Eltern? Naja, wieso die Eltern? Damit sie die, damit sie ihre, ihre Tochter dann losziehen lassen, ja? Die Eltern sollen ja nicht einfach ihre Tochter weggeben und, äh, tschüss. Ach so. Ja, das war damals so. Das war damals so. Damals war es meist sogar so, dass die Frau noch was mit in die Ehe bracht. Ähm, Geld. Aber es konnte auch sein, es war auch meistens so, dass der, der die Frau heiraten wollte, noch viel Geld bezahlt hat an die Eltern der Frau. Ach so, okay. Hm. Und, naja, der Knecht war unterwegs und kam in die Stadt und dann hat er an die Tür geklopft und eine Frau gesucht. Nein, der hat nicht an die Tür geklopft. Wie, wie, wie hat er das denn gemacht? Ja, der Knecht, der hat sich gesagt, hm, der Abraham, der glaubt an Gott. Vielleicht sollte ich diesen Gott fragen, ob der mir hilft. Ja, das ist eine gute Idee. Hat er das gemacht? Das hat er gemacht. Wie denn das? Was hat er gesagt? Sagte Gott, wenn du möchtest, dass ich hier eine Frau finde, für, den Sohn meines Herrn, ja, dann zeig mir die. Okay. Und, wie soll Gott ihnen die zeigen? Er sagte, ich habe jetzt ganz viele Kamelen, Gott, hergebracht, mit denen ich gekommen bin und die müssen trinken. Und wenn ich eine Frau finde, die mir aus dem Brunnen Wasser holt und auch noch meine Kamele tränkt, dass die auch was zu trinken haben, da werde ich fragen, ob sie es ist. Okay. Hiesel, 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 Schlauch. Das gab es damals nicht. Wie, es gab keinen Wasserhahn? Nee. Wie haben die Leute denn dann getrunken? Die mussten zum Brunnen laufen oder zum Fluss und dann mussten sie einen Eimer runterlassen und drehen oder ziehen am Seil, bis der wieder hoch war, bis der oben war und dann hatten sie einen Eimer Wasser, da konnten sie trinken und wenn sie mehr wollten, mussten sie wieder was holen. Wenn sie am Fluss waren, war es ein bisschen leichter, aber normalerweise hatten die Leute einen Brunnen und da haben sie Wasser geholt. Oh, das ist ja viel Arbeit. Weißt du was? Das war wirklich viel Arbeit. Wie? Der Knecht, der trinkt doch gar nicht so viel. Stimmt, der Knecht, der trinkt nicht so viel. Aber weißt du, wie viele Kamele trinken? Nee. ganz, ganz viel. Wie ganz, ganz viel? Mehr als ein Eimer? Mehr als ein Eimer. Hä? Weißt du, wusstest du nicht, dass die Kamele Wasser in ihrem Körper lagern und wenn sie einmal richtig viel getrunken haben, richtig, ja, genug getrunken haben, dann können sie, ich glaube, ein oder zwei Wochen in der Wüste unterwegs sein, ohne zu trinken. Ach, wirklich? Mhm. Dann heißt das ja, dass das total viel Arbeit ist, die Kamele zu finden, zu Wasser zu geben. Mhm. Vor allem, wenn du einen Brunnen hast, dann musst du einen Eimer holen und das trinkt das Kamel sofort leer und dann den nächsten Eimer und den nächsten und den nächsten. Oh, und hat der Knecht eine gefunden? Mhm. Der hat eine gefunden. Da kam eine Frau, gleich, nachdem er gebetet hatte, sah er, da kommt eine junge Frau und er bittet sie, junge Frau, kannst du mir bitte Wasser geben? Ja, und das hat sie gemacht, das hat sie gemacht. Sie sagt ihm, ja, klar, gerne, hier, hat sie Wasser aus dem Brunnen geholt und ihm gegeben und dann, und dann hat die Frau von selbst gesagt, hm, soll ich deinen Kamelen auch Wasser geben? Oh, so nett war die. So nett war die. Wie hieß sie denn? Die hieß Rebecca. Oh, dann hat sie ihm und seinen Kamelen Wasser gegeben und, äh, der Knecht, der hat ihr Gold gegeben. Ach, wie soll denn das? Na ja, für den Knecht ist sein Gebet ja erhört worden. Er wusste, diese Frau, die soll mein, die soll mein, hast du es schon wieder vergessen? Ja, ja, ich habe gerade irgendwas vertauscht in meinem Kopf. Ich dachte, dieser Knecht sagt ja, diese Frau soll meinem Sohn gehören. Die, der Knecht, der Sohn, ne, siehst du, ich habe es vertauscht. Also der Knecht sagte sich, ja, mein Gott hat mein Gebet erhört und diese Frau soll die Frau des Sohnes meines Herrn werden. Ach, jetzt hast du es. Also diese Frau sollte die Frau von Isaac werden. Aha, und dann hat die Eltern dann auch ja gesagt, ja, jetzt hat sie ihren Eltern gegangen, hat ihnen auch viel Geld gegeben, viele Geschenke, damit sie ihre Tochter auch losziehen lassen und die Eltern haben ihre Tochter auch gefragt, ja, Rebekah, möchtest du wirklich jetzt mitziehen und die Frau von Isaac werden, ne, den Sohn von Abraham? Oh, okay, und die Rebekah hat ja gesagt, hm, die Rebekah hat gesagt, ja, ne, ich mache es, ich tue es, ich gehe mit. Aha, und dann haben die geheiratet. Mhm, dann sind die erstmals wieder zurückgewandert und dann haben die geheiratet. So einfach war das. Haha, okay, hat sich Isaac gar nicht zuerst in sie verliehen und dann sie kennengelernt und sowas, so wie das andere machen? Mhm, nö, das war mit Isaac ganz, ganz anders. Aha, lustige Geschichte. Ganz, ganz komisch. Ganz komisch, aber so war das früher. Okay, und dann waren sie glücklich. Mhm, weißt du was, das Ende der Geschichte ist aber auch nicht so ganz nett. Wie, nicht ganz nett? Na ja, am Ende ist auch der Vater Abraham gestorben. Oh, okay, wie alt war der dann? 175 Jahre alt war der. So alt? Mhm. Warte, wenn, wenn die Frau von Abraham gestorben ist, als sie, wie alt war sie eigentlich? 127, okay, und, äh, der ist ja fast 50 Jahre älter geworden als seine Frau. Mhm, der ist fast 50 Jahre älter geworden. hat echt lang gelebt, der Abraham. Okay, oh, mhm, und weißt du, wo der Isaac ihn begraben hat? Ha, in der Höhle aus der letzten Geschichte. Die Höhle, die Abraham für seine Frau gekauft hat. Mhm, da, wo Abraham seine Frau Sarah begraben hat, in der Höhle, da hat Isaac auch sein Vater Abraham begraben. Oh, okay, hm, das war ja nicht so ein gutes Ende. Hm, aber das ist leider so. Irgendwann sterben unsere Eltern leider. Und dann ist es gut, wenn man vorbereitet ist und sie auch begraben kann. Und er weiß, wo man einen Platz hat. Aha. Und der Isaac und Sarah, äh, hier ist die Frau noch mal. Rebecca. Rebecca. Äh, und die haben dann glücklich verheiratet. Die waren dann glücklich verheiratet, hatten aber auch ihre kleinen Probleme, aber davon erzähle ich beim nächsten Mal. Wie? Nicht jetzt? Nee, nicht jetzt. Jetzt zieh, Leute. Nein, beim nächsten Mal. Tschüss. Nja.